nicht, warum ich das tue. Es ist fast ein innerer Zwang, der mich dazu treibt. Vielleicht fürchte ich, wenn ich anders könnte, würde ich langsam aufhören, ein Mensch zu sein und würde bald schmutzig und stinkend umherkriechen und unverständliche Laute ausstoßen. Nicht, dass ich fürchtete, ein Tier zu werden, das wäre nicht sehr schlimm. Aber ein Mensch kann niemals am Tier werden. Er stürzt am Tier von Rude in einem anderen Ort. Hier sind die West sabeer von Rude und von Rude und Funktion. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020